Genau, heute sind wir im Sitz oben. Auf 1087 Meter. Genau, dort fliegen wir da hin. Am Nachmittag um 2. Ja, 15 Franken Eintritt ist auch. Also, tschüss, einen schönen Sonntag! Alles klar, alles auf Automatik. Es geht los. Landung beim Herr Kapellmeister in 10 Sekunden. Achtung, ich weiss nicht warum, aber jetzt knöpft es denn. Wo steht der jetzt wieder? Nein, jetzt steht doch, der ist wieder hinten dran! Jesus, nein! Nein, wo ist der? Nein, raus, nein, du Scheiss! Komm! Komm! Yes! Komm! Was gibt's denn? Dann geben wir den Schuch. Yes! Nein! Da besucht Frau Wien! Ich weiss, wohin er hier ist. Meine Sensoren sind zu schwach für so kleine Appenzeller. Aber ich versuche es. Alles auf Automatikum zu suchen. Ich habe ihn gefunden. Achtung! Wohin die Wohin! Drei, zwei, eins, Kante! Yes, Gott! Nein, Freelich! Was machst du denn hier? Ja! Merke mich mal! Siehst du mir nur den Scheibenwurschen angekommen? Ja! Aber nein, komm, ich hilf dir! Ja, sie ist hart. Ich habe schon Fennizzi hier. Ja, es geht schon Fennizzi hier! Nein! Bist du hinten? Lass es loschen! Keila, zacken! Wo bist du jetzt auch du gewesen? Ja, wo bin ich gewesen? Schau, ich habe sonst die Hosen und die Schuhe. Zacken! Nein, also den kannst du nicht bringen. Du musst doch vorne anstehen, kann das doch gesagt werden, dass du hinten anstehst. Anstehst du kurz nicht gut? Ein kleiner Strauch mit weißen Rosen steht vor meinem Haus. Er blüht den ganzen Sommer und ich schau so gern hinaus. Er leuchtet in der Sonne mit. Den Blüten spielt der Wind. Doch wenn die Plätze... Ups, seid gut gelandet! Jetzt würden wir uns sehr, sehr freuen, euch an der CD-Tour 2022 begrüssen zu dürfen. Wenn ihr nicht teilnehmen oder nicht kommen könnt, könnt ihr die CD natürlich auch online bestellen auf waschech.ch. Gute Zeit, tschüss zusammen! Und ich frage mich, warum muss die Zeit so schnell vergehen? Doch im nächsten Jahr, da wird es wunderbar!